Leute, es geht gleich weiter. Wow, wow. Ach. Hm. Wie soll ich hier jetzt wegkommen? Oh, ich sehe schon. Glaube ich. Hier? Nein. Aber hier. Ist das richtig? Ja, das sieht richtig aus. Ähm, so. Oh, yeah. Naja. Naja. Wow. Was zum. Was zum. Wie viele Leute sind denn da? Du scheiße. Alma. Übertreibst du nicht. Die Daten werden hochgeladen. Tja, das bestätigt, dass Perseus telepathisch begabter Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten ausbilden sollte. Aber offenbar war Paxton Vettel der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Oh, toll. Muss ich hier jetzt spazieren gehen, oder was? Alles klar, alles klar. Fick dich. Das ist so schön. Whoa. Brickdance. Not. Ja, ich will da durch. Ah. Ah, die neuen Scheiben sind leider kaputt. Ah. Taschenlampe am Arsch. Fuck. Spaß. Wow. Asshole. Klasse Scheiße. Ah, oh. Das ist auch noch was Schönes. Watt. Für die hier habe ich verdammt viel Munition jetzt. Aber ich mag die hier lieber. Bye-bye. Dein Status ist tot. Spast. Oh, yeah. Wow. Bäh. Kommt das episch drüber. Was? Muss ich da jetzt runter? Was? Du den Kopf gestoßen und läufst mir an, der Sie im Hafengebiet rum. Oh. Huah! Ich hole dich durch! Oh. An die Wand genagelt. Diese Nagelwaffe ist schon ziemlich cool. Ganz sicher. Haha, alles klar, puh, hier ne Sprite und so hier, was, was, da kommt bestimmt gleich einer runter geflogen und, 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 äh, 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 wie hier rauskommen, kann ich mir denken. Haha, bestimmt gibt's gleich wieder nen Hardcore übeln Kampf, neben natürlich alle Sterben außer ich, oder auch nicht, oder es läuft mal alles gut und, und alle überleben und was weiß ich, kann natürlich auch sein. Alles klar. Oha, fahrt die hart oder was? Wow! Bam! Gut, und wo schießen die? Bam! Boah, das, das versorgt alles. Ich will mich heilen und drückt an Mitheilung. Weil die Tasten gleich nebeneinander sind. Er schmeißt ne Granate da hin, obwohl ich schon fast vor ihm stehe. Uuuh, leicht pervers, oder was? Los, ich will, dass er da rüberfällt. Oh ja, toll, jetzt fällt der genau, egal. Oh. Ich würd sagen, go! Bam! 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 What the f- What the f- Na ja. Ah, ne, ah, kann man jetzt aber. Oh, bam! Was läuft da hinten jetzt hin? Ich headshotte den dreimal und der steht noch. What? Spaß, dass die immer so lange brauchen. Bye, bye. Wow, du brauchst einen Notarzt. Du brauchst Dr. House, bitch. Oh, du brauchst einen Notarzt.